Und dich mehr auf deine innere Kraft konzentrieren. Und dann wird sie größer werden. Konzentriere dich weniger auf das Negative und weniger auf dein Schmerz und das Elend. Konzentriere dich mehr auf deine Schönheit. Das wird dir helfen. Wie ich gesagt habe, jede einzelne Person ist fähig, sich selbst zu helfen. Das ist die Schönheit, die wir von der Natur bekommen haben. Das Einzige was fehlt ist, du bist dir dessen nicht bewusst. Und wie kannst du dir bewusst sein, das ist die hauptsächliche Frage. Wenn du deinen Verstand nahe zu dir bringst, dann kannst du dir deiner Kraft und deiner inneren Energie bewusst sein. Und immer wenn dein Verstand in der Vergangenheit oder in der Zukunft herumrennt oder hier und da, dann bring ihn zurück. Wie ich die Frage vorher gestellt habe, wenn dein Verstand hier jetzt bei dir ist. Kannst du dann irgendein Problem oder irgendeinen Stress finden in diesem Moment? Kannst du dann irgendein Problem oder irgendeinen Stress finden in diesem Moment? Im Moment nicht, aber jetzt bin ich auch hier für mich eigentlich alleine. Zuhause habe ich vier Kinder. Du bist alleine und jede andere Person ist auch alleine. Es ist ganz egal, ob die Person vier Kinder oder tausend Freunde hat. Sie wird immer allein sein. Aber wenn du deine Kinder als Arbeit annimmst, dann wird es immer ein Problem sein. Wenn du alles mit deinem Verstand machst, dann wird alles immer ein Problem sein. Mach alles mit Liebe. Dann wird das zu deiner Meditation werden. Wenn du hier bei dir bist, dann denke nicht daran, wer da draußen noch ist. Und wenn du zu Hause bist, dann sei einfach nur zu Hause. Und darüber hinaus, als du noch keine Kinder hattest, dann wolltest du welche. Ja, weil du vier Kinder hast. Du hast vier Kinder. Richtig? Weil wenn es nur ein Problem ist, dann sollte es nur ein Problem sein. Ja, denn wenn es nur ein Problem ist, dann sollte es nur ein Problem sein. Also viermal kann das nicht passieren. Also viermal kann das nicht passieren. Und wie ich gesagt habe, wenn du sie wolltest und du hast sie jetzt, dann genieße es. Aber wenn ich sage, genieße, heißt das nicht, dass du lachen und lächeln musst, 24 Stunden lang. Wenn ich sage, genieße, heißt das nimm den Tag an und auch die Nacht. Wenn du nur Tage und gute Dinge erwartest, dann wird das so nicht passieren. Das ist nicht die Frage, weil du Kinder hast oder irgendjemand, dass du deswegen Probleme hast. Ich habe so viele Leute gesehen, die allein sind und auch Probleme haben. Das heißt, das Problem liegt eigentlich in dir. Und das ist das, was du verändern musst. Auch in diesem Raum sind so viele Leute, die allein sind. Und wenn du sie fragst, dann werden sie sagen, ja dein Problem ist kleiner als meines. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, nimm es an. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, nimm es an. Nimm die schönen Dinge an und nimm auch die schlechten Dinge an und laufe nicht weg vor deiner Traurigkeit. Because spirituality doesn't mean you have to run away from your stress or problems. Spirituality means face. Face them. Spiritualität bedeutet nicht, du sollst vor deinen Problemen weglaufen. Es bedeutet, du sollst sie sehen und dich ihnen stellen. Und du sollst dich den Problemen zu 100 Prozent stellen und nicht nur zu 99,99 Prozent. Dann ist diese Verwandlung möglich. Dann kannst du über die Angst hinausgehen. Und hör auf niemanden und lass dich nicht ablenken vom Problem. Denn all die Probleme, die wir haben in unserem Leben oder all die Ängste existieren nur in unserem Verstand oder in den Gedanken. Wenn etwas in deinem Verstand ist, dann heißt das, dass es nicht stark ist, dass es nicht so kraftvoll ist. Dort, wo du herkommst, das ist das aller kraftvollste. Das ist das aller kraftvollste. Und versuche nie, eine Lösung im Außen von irgendjemand anderem zu finden. Vielleicht braucht es Zeit, die Lösung in dir selbst zu finden, aber kein Problem, gib dir diese Zeit. Denn wenn die Lösung von dir selbst kommt, dann wird sie wirklich sein und beständig. Und wenn etwas aus dem Außen kommt, dann wird es nicht beständig sein. Und wenn etwas aus dem Außen kommt, dann wird es nicht beständig sein. Kennst du die Natur des Menschen? Niemand kann mit einem Problem sein für 24 Stunden, ständig oder auch mit Glück. Du wirst ganz leicht gelangweilt. Du wirst automatisch die Lösung finden und deine Natur wird heilen. Öffne dein Herz ein klein wenig, das ist alles. Gib deinem Verstand ein bisschen Ruhe und misst deinem Herzen mehr Wichtigkeit bei. Wir können nicht sagen, ich möchte nur die Rose, aber nicht die Dorne. Du musst alles annehmen. Du musst alles annehmen. Und das ist die Schönheit. Und das ist die Schönheit. Wenn du es vollkommen annimmst. Stell dich also allem deinem Glück und auch deinem Unglück. Wenn du traurig bist, dann bist du traurig. Genieße dein Traurig sein vollkommen. Wenn mein Vater gestorben ist, war ich auch traurig. Aber ich war mit 24 Stunden. Ich war mit 100 Prozent. Okay. Ich bin nur mit diesem. Nein, kein Problem. Aber ich war da. 24 Stunden. Nur damit. Und ich habe mich nicht versucht abzulenken. Denn die Wahrheit wird nur hochkommen, wenn du sie siehst. Die Lösung wird nur herauskommen, wenn du dich ihm stellst. Ich denke, das ist genug. Ich denke, das ist genug. Andernfalls werdet ihr gelangweilt von mir. Ich denke, das ist genug. Andernfalls werdet ihr gelangweilt von mir. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Untertitelung des ZDF, 2020